Da hinten sind sie schon bei der Rotröcke. Ich will die einfach umbringen, Alter. Ach so, hier ist Spiel ja gut. Was soll ich denn jetzt mal? Soll ich immer hinterherlaufen oder was? Was? Ja, Idiot. Ich wollte doch das hier. Ah, das ist mit L. Oh man, das ist mit L2 und ich habe L1 gewonnen. Was? Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt die Reines Patrouille ab und... So, hab ich doch schon. Ah. Warte hier gerade mal ein bisschen. Ach, zu riskant. Was? Was? Gibt es in Sekunden? Die feinsten, zahltesten Rüchenkermel, die Sides von Paris, gibt es in Mist-State-Heads-Fahrer. Aufmicht auf die Marvel. Ah, das äh... Oh, ich muss ein Bauer. Oh, schon wieder. Oh, schon wieder. G-State-Heads-Fahrer. Lenkt ihr Braddox-Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Okay, und was für Signal soll ich geben? Soll ich mit der Leuchtpistole und mich ballern oder was? Oh, das Schwein. Freunde, so viel Zeit muss sein. Ja, und jetzt? Einfach weiter. Sorry, dass ich gerade ein bisschen ruhiger bin, ich muss mich hier ausübelst, konzentrieren. Was machen die denn da? Oh. Das sind die Synchron-Tänzer gewesen. So, der sieht mich ja wohl nicht mehr, ne? Oder haben wir da schon wieder einen Bug? Gut. Ja, Bugs hatte ich schon öfters in diesem Spiel. Also, geht's noch, oder was? Kollege, pass auf, was du machst. Ich geh einfach mal hinterher, ich weiß, ich soll mich versteckt aufhalten. Was macht der jetzt? Äh, okay. Haha, genau so muss das sein, Alter. Okay, oh, ich hab da gerade ne Katze gehört. Was macht ihr denn hier, ey? Ihr seid aber auch nicht... Hä? Lasst ihn gehen, Edward. Lasst uns gehen. Und schon Pitcairn mit uns. Haha, meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Scheißegal, du kommst jetzt mit, du Affe. Ach, jetzt kommen wir da so eine Babyschlacht, ey. Komm, wetten, ich krieg keinen einzigen Hit mit. Das ist aber auch ein bisschen selbstverständlich, weil ich bin schon... ...länger am, äh... Ja, das ist mir doch scheißegal. Weil ich schon länger, äh... ...Assassin's Creed spiele. Woher auf der PS3 halt. Oh, das war bei mir schon leise. Ich will nicht wissen... ...die OBS das runterkackt. Ritter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an! Und liegt hier irgendwann... Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Ach, wir stehen schon mal vor der Kneipe. Schwein oder Rotrücke? 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 Schwein... Schwein... Okay, Rotrücke. Zu viel Zeit muss ich sein. Zu langsam. Ja, ist ja gut. Ja, endlich auch. Komm. Verteidigen wir ruhig. Ja, ich muss an dem Scheiß auch nicht sehen, muss ich noch ein bisschen rumtrainieren. Er schlägt da gerade mit der Luft rum. Oh, da habe ich nicht. Ah, der hat auch einen Wallhack drin, Alter. Der glitscht. Der hat eine scheiß Leitung. Können wir mal rein in die gute... Rein und nicht drauf. Rein in die gute Stube. In die Darkkammer. Und spielen eine Runde... ...ein Spiel. Hier unsere Hauptmission ist wieder oben. Hoffentlich rübst mich da jetzt keiner an. Wunderschönen guten Abend. Ja gut, ich sehe jetzt... ...wunderbar und vertrauenserweckend aus... ...mit der blutender Fresse. Das ist unsere Freunde wieder hier. Ne? Unsere Freundin hat sich ein für alle mal verzogen, glaube ich. So, Sequenz 2. Soul Gate infiltrieren. Ach so, ja. Englisch war noch nie so meine Stärke. Wir gehen einfach in den Klappen, die alle ab. Hier ist mein Messer, Bruder. Okay, ich unterspringe das mal nicht, weil das ist jetzt echt richtig spannend hier. Hier gerade. Müssen wir US Army verständigen, dann kriegen wir unseren Konvoi. Boah, Alter. Knapp 10 Minuten schon wieder am aufnehmen. Hui. Warum ist sowas eigentlich immer im Regen, weißt du? Die haben sich das doch voll Call of Duty abgeguckt. Aber wie ihr mich kennt... ...mach ich's nicht richtig. Ich werd die einfach alle umbringen. Oh, geil. Äh. Fly Mode. Was war das denn jetzt, Alter? Tut mir leid, das Spiel ist schon... ...ausgereift, aber... Wir gehen hier gerade mal übers Glasfaserkabel von Unity Media. Ja, komm mal her. Solange meine Kopards nicht verrecken. Oh. Zwei Kugeln haben mich getroffen, Alter. Das ist ja ein neuer Rekord, Freunde. Eben schön durch den Wagen schießen. Ja. Den Zivilisten komplett durch den Kopf gehauen. Juckt ihn aber recht wenig. Was ist da denn noch? Ja. Zu langsam. Hä? Wo denn? Freunde. Halt die Schnauze, Alter. Wo bist du? Ey, bitte, Mann. Bitte sag mir jetzt nicht, dass der in der scheiß Wand festgebackt ist, Alter. Oh, Mann. Was ist so jetzt... Oh, Mann. Weißt du, Freunde, einmal ist es... Das Schwein. Oh, zwei Schweine. Ich kann ihn nicht streicheln. Okay, dann wird es wirklich ernst. Freunde. Einmal ist es witzig, durch den Boden zu fallen. Alles ganz cool. Aber wenn er sich dann noch in der Wand festbackt, ganz ehrlich, dann... ...ist das einfach... ...schon grob fahrlässig. Also machen wir dann jetzt. Kann ich mich irgendwie selbst umbringen oder so? Ah ne, ich glaube, ich laufe einfach mal weg hier. Das kannst du jetzt endlich nicht sein, Alter. Zwei Bugs innerhalb von einer Minute, Digga. Oh, das ist doch echt... Mann. Das zieht sich so. Bugs sind allgemein... ... sind Bugs mega geil, weil man da auch mal... ... ein bisschen was Spaßiges erlebt. Aber wenn zwei Bugs innerhalb von einer Minute passieren, ... dann ist das irgendwann auch nicht mehr witzig. Und die latschen erst mal die Zivilisten um. Finde ich gut. ... so. Hoffentlich... ... kladatscht sich da keiner mehr in die Wand. Ja, sind alle down. Also mal dem Pferd schönen Klaps auf den Arsch geben. ... ihr seid die Torhut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Okay. Verstanden. Was ist das denn für ein Ideaner? Wir sind hier, um zu helfen, die und den Gefangenen im Southgate-Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Hier wird nichts passieren. Pass auf, Alter. Die bringt dich gleich um. Wie die schon guckt, Alter. Weißt du, was über Silas vorhaben? Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche verteidigen ihn als... So, hier erstmal ein bisschen Smalltalk halten. Mit dem Indianer. Du musst ihm recht wichtig sein. Wenn er dir eine eigene Eskorte legt. Und hinten ist die heiße Ware drin. Die Männer im Gestreifpücher... Okay, erst mal was halt die Schnauze. Hund auf der Fahrbahn. Und hier ist Tempo 30. Ist dein Scheißernst, Alter? Ich kann hier jetzt nichts machen, Mann. Doch, ich kann hier wahllos rumschießen. Kann ich die... Kann ich... Ich kann nicht mal Zivilisten abknallen. Jetzt geht's aber echt zu weit hier. Sag dem Indianermädchen mal bitte, dass sie die Beine ein bisschen zusammen machen soll, weil das... stinkt gerade schon. Kann ich das Pferd abknallen? Na, warum versuche ich's überhaupt? Okay. Achso. Ja, gut. Ich dachte, der hat mich jetzt gerade und ich würde wieder desynchronisieren. Schweres Wort. Mensch. Die passiert schon nichts. Zuckerschleckchen. Als ob die einfach gerade auf dem Hund gesprungen sind. Tierquälerei. Den Hund könnten Kinder in Afrika noch essen können. Arschlöcher. Als ob der einfach gerade den Hund als Abfederung benutzt hat. Schön. Auf eure Posten. So. Einfach kurzen Prozess machen eben. Ja. Ich sitze hier einfach drauf. Greif den Feind an. Was? Was ist mit dem Kind da hinten? Da ist ein Kind auf der Fahrbahn. Und wir fahren zu schnell. Das gibt direkt ein Knöllchen. Hier, da sind sie schon, die Beamten. Die sind hier am Blitzen. Pass auf, Kollege. Da ist ja wenigstens ein Kennzeichen dran. Ah, kann ich gerade schlecht sehen. Schlechte Beleuchtung. Die Kiste kommt so nicht durch den TÜV. Kannst du vergessen. Ja, am Arsch, Alter. Die Pferde haben einen Scheitel. Voll das Nazi-Spiel. Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Cyrus. Nein, dann. Neue Rekruten. Kanonenfutter. Die heiße Ware wird durchtransportiert. Ja, sie ist da kein Kennzeichen dran. Müssen wir direkt... Ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären durfte. Nein, darfst du nicht. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten? Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemarkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Was ist mit Silas? Was ist mit Silas? Okay. Das ist mein Job. Ja, ich bin hier einfach so rum. Ist das denn so schlimm, wenn ich auffliege? Ach, ich bin hier im Sperrgebieg. Oh, das ist wieder so eine... Oh nein, bitte nicht. Oh nein. So was bin ich ganz schlecht. Das Ganze könnte komplett knicken, dass ich das hier heute noch durchschaffe. Gebt das Signal, wenn ihr bereit seid. Ich sucht ihn einfach nicht. Nee, ich stehe direkt vor ihm, aber juckt ihn nicht. So, was soll ich jetzt überhaupt machen? Ich muss da hinten her. Dann latsche ich hier gerade mal ganz gediege über die Grünanlagen. Dann haben wir aber den Freund als Problem da hinten. Dann warten wir gerade mal, bis er hier hinkommt und umdreht. Wird heute ein bisschen länger die Folge. Wird wahrscheinlich auch erst morgen früh um 12 oder so rauskommen. Kann ich aber auch nicht mehr nehmen. Okay, wir müssen hier hoch. Und uns... Nein, runter, runter, Junge! Alter. Ach, leck mich doch, Alter. Oh, Mann. Ist nicht wahr. Äh, ich mach das jetzt noch zu Ende. Und spule das dann wahrscheinlich irgendwie vor oder so. Also, jetzt bitte spannende Musik einblenden. Äh, ich mach das. Ich mach das. пропasche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dienstag haben wir heute. Dienstagabend oder Mittwochmorgen. Weiß Gott, wann dieses Video hochkommt. Ich weiß nicht, was ihr jetzt macht. Ich hole mir den Wutball und werde ihn zerdrücken. Na gut, dann würde ich sagen, bis morgen, Freunde. Haut rein und ciao. Mit oder ohne v. Achso, und wieder schauen, reingehauen.